L.F.A.I.T.GAMING Ich habe jetzt Upgrade bekommen, so, ja, gute Frage, nächste Frage, würde ich mal sagen, so. Tipp, aber so in die Richtung hätte ich es jetzt eh gemacht, nur hätte ich hier halt zwei Häuschen hingestellt, die drauf ballern. Warum habe ich, ja, ich setze manchmal das, ähm, T45 However, wir wollen, Ja, ich habe jetzt noch nicht so unter die abgegräte Tower. Deshalb ist es hier ein wenig, ja, zäh, die ganzen Viecher zu killen. Jetzt kommen Goblins, große Goblins. Es gibt auch immer so Tricks, was man auf der Karte eigentlich anklicken könnte, was irgendwas Besonderes macht. Ich habe jetzt hier nichts zu sehen. Ja, das ist eine neue Enemy-Klasse, wie ihr seht. Wolfs, very fast, sind sehr schnell. Can't dodge mid-attack, slow health, very fast. Sind sehr schnell einfach, das ist das Wesentliche für die Viecher. Ich kann den Tower dann ausbauen, um zwei, zum Beispiel, das wäre noch drin. Oder ich kann sie upgraden. Ja, ich habe jetzt einfach mal die zusammengestauden und habe sie umgebracht, die fetten Viecher, weil die einfach eine Panzerung haben, die man halt nicht so leicht knacken kann. Vorteil ist, wenn sie eben bei der Atelier gesammelt stehen, so wie hier, dass ich mehr treffe. Der Nachteil ist halt, dass sie einfach, wenn sie in so einer Masse kommen, durchlaufen können. Oh, ich kann ja die Indrelauern hacken. Ja, ich kill gerade Schafe. Es gibt so Sinn, dass ich Sachen immer noch anklicken kann und dann löst du das aus. Muss man eben wieder ausprobieren. Ich mag das Spiel ganz gerne, ist ganz lustig gemacht. Es fehlt nicht an Humor. Die Grafik ist nicht so hoch. Es läuft wirklich, es gibt das Ding für das Handy, es gibt es überall. Irgend ein lustiges, lustiges, äh, ja, ja, es ist lustig, es kann doch nicht sein, aber es sind coole Spiele einfach. Ja, jetzt hätte ich gerne den auf Krufe 2, ich habe das Geld für was anderes rausgebracht. Ja, macht auch nichts, ist halt so wild. Ja, da haben wir geschafft. So, jetzt habe ich 5 Sterne, was können wir, was upgraden wir ab? Das kostet nämlich jetzt alles noch 1, deswegen mache ich jetzt die, die Upgrades hier. Ja, dann probieren wir den nächsten Modus. Ich habe keinen Hero, ja, ich habe so, so keinen Hero in dem Level. Schauen wir mal, was kommt aus Level 1. Das wird sehr ungesund, glaube ich. Ich glaube, da werde ich gleich mal starten. Ja. Schauen wir mal, was 얘기를 schon mal. Ja, das war so schön. Bomben sind nicht weg, kürzen sie nicht weg. Schauen wir mal, wie gut das hier funktioniert, ob ich hier noch in eine dritte Gruppe reinschicken muss oder nicht, aber ich glaube, das geht sich sauber aus. Puh, das wird knapp. Ich werde drauf gehen, ich werde drauf gehen. Ja, probieren wir es nochmal, es kann sein, dass ich Upgrades habe, ich habe einfach verkackt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt passiert, dass man einfach einen Fehlschlag im Spiel hat, das ist so. Und das ist einfach immer wieder experimentieren, immer wieder Neues Pumps experimentieren und es kann auch sein, dass du ab und zu einfach das Power Level, das du haben solltest, noch gar nicht hasst. Also... Also... Ja, wenn es einem langweilig wird, zu sterben und scharfen. Ich habe meine Gemeinschaft getötet. Ja... 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 Das ist Kingdom Rush, ich habe jetzt noch einmal zwei Level gezeigt, ja, ich habe hier noch nicht das Level. Man kann ja einfach weiter gehen, man muss nicht alle Level immer freischalten gleich. Oh mein Gott, das ist glaube ich ein Level, den habe ich irgendwie schlecht in Erinnerung. So... Ich bin einfach ein Scharf schlechter, ich sag's euch. Hier gibt es zwei Lanes, wo die Mops starten, die Monster. Also eine ober- und eine untere Lane. Und hier kann man gut das machen, das ist so Kombi, dass du Ganze am Malern zusammenstellst. Ich baue hier jetzt gleich einen Kanonenturm drauf. Und dann baue ich hier unten noch die Steilung noch mehr aus. Ja. Aber hier, wenn hier wer stirbt, die regenerieren sich so schnell, dass du hier so ein großes Volumen abdecken kannst den Monstern, dass es eigentlich durch die ganzen Nahkämpfer zu spielen ist. Ja. 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 haben hier können heilen sind resident gegen magische angriffe und wie richtig wieder diesen bogen sind das ja ich habe leider nur level 2 maximal bei den towern, ich werde den jetzt mal upgraden schamanen sind extrem stark finde ich weil sie sich heilen können vor allem wenn mehrere charmanten zusammenstehen dann hilft fast nur der meteorit dass du die daumen bekommst weil sie sich einfach die ganze zeit hochheilen den hätte ich gleich umbringen können mit mitreden aber ne also verpeilt so very high level low speed cost live das ist eine große oker die hauen einmal zu und meine minions gehen drauf sind aber gegen die magie extrem anfällig also normalerweise sollte das mit den minions schon laufen jetzt blockiere ich die heiler dann das sollte jetzt eigentlich funktionieren ohne dass ich probleme habe wenn die heiler gegen meine minions kämpfen jetzt kommt noch ein boss glaube ich jetzt kommen zwei bosse glaube ich habe ich gehabt nichts also kein sehr langer kampf das ist das ist das ist das ist mit 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 in mit mit wie gut Tisch tisch wenn deine minions sterben und machst das upgrade von dem gebäude bekommst du neue wachsoldaten das ist ganz praktisch zu wissen weil du dann mit dem Gold so einen erzwungenen Respawn deiner Soldaten erzeugen kannst so, das war's Victory 3 Sterne gekommen gehen wir wieder raus machen ein paar Upgrades würde ich sagen Platz kostet schon 2 ja Türme ignorieren bla 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 dann so einen haben wir noch kann ich nicht mehr freischalten damit so was ich jetzt gerne probieren würde wäre das hier nochmal auf einem schwierigeren Level so schauen wir mal wie das läuft und wir es mal so machen ohne ein anderer Minions okay es läuft gar nicht läuft doch das war eine ziemlich psychobatische Version, wie ich es gerade gemacht habe also, und sie nur auf Feuerkraft setzen, dass hier schon Spiele, das können wir kann man wirklich probieren Irgendwie habe ich glaube ich in Erinnerung, dass man das hier so lösen hat können über reine Feuerkraft und das wird und ich bin überhaupt nicht 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 Vielen Dank. Es klingt, es ist eine verrückte Taktik, wenn man das wirklich so spielt, wie sie ich gerade mache. Aber gut, es sieht nicht so, wie es funktionieren würde. Lauf durch, scheiße, geht es nicht aus. Nee, funktioniert nicht. Ja, probieren wir es nochmal. Das ist halt so ein Spiel, wo wir mehr probieren gehen, über Philosophien. Ja, probieren wir mal so. Ja, probieren wir mal so. Es gibt Maps, die kannst du wirklich nur mit diesen Soldatentowern spielen. Ja. 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 Dann kommen wir gleich nächstes auch noch rein. Ja. 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 Nein, 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 nein! Stirb, Scheiben! Leister, fast! So. So machen wir das Ganze mal so. Der letzte Versuch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.